Das Paar reagierte umgehend auf die in einer US-Publikation gegen Meghan Markle erhobenen Vorwürfe, wonach die Zusammenarbeit mit der Herzogin schwierig sei. Prinz Harry und Meghan Markle gingen in den Fluchtmodus, nachdem in einem US-Magazin Vorwürfe erhoben wurden, die Herzogin habe Mitarbeiter schlecht behandelt, nachdem mehrere von ihnen gekündigt hatten. Ein königlicher Experte sagte, die Reaktion des Paares auf den Artikel des Hollywood Reporter, in dem Meghan vorgeworfen wurde, eine «schwierige Herzogin» zu sein und das Personal in Angst und Schrecken zu versetzen, sei wie «unbändige Wut». Die Reaktion erfolgte inmitten von Vorwürfen, Meghan marschiere angeblich, wie eine Diktatorin in High Heels herum, stinksauer und befehle bellend. Als Reaktion auf die Behauptungen im Hollywood Reporter sprangen Insider aus Archwell den Sus-Axis zur Hilfe und bezeichneten sie als «totalen Unsinn». Eine Quelle aus Archwell sagte gegenüber GB News, der Herzog und die Herzogin arbeiten von Montecito aus, und wir sind in Hollywood ansässig. Sie denken wahrscheinlich, dass wir alle im selben Büro sind und dass dieses Zitat funktionieren würde, aber die Umstände lassen es nicht einmal zu. Die königliche Kommentatorin Emily Andrews sagte dem Magazin Woman Nun, die Reaktion auf die Vorwürfe sei «interessant» gewesen. Sie schrieb, es war ein kurzer Artikel, der es nicht einmal auf die Titelseite schaffte. Aber die Reaktion der Sus-Axis war noch interessanter als die ursprüngliche Geschichte. Meine Lesart wäre unbändige Wut. Und indem sie an einer riesigen Titelgeschichte für eines der meistgelesenen amerikanischen Wochenmagazine mitwirkte, lenkten ihre Mitarbeiter tatsächlich die Aufmerksamkeit auf den Originalartikel im Hollywood Reporter und die darin enthaltenen unangenehmen Anschuldigungen. Harry und Meghan wären vielleicht besser damit gedient gewesen, ihn einfach zu ignorieren und sich darüber hinwegzusetzen. Aber stattdessen ging Archwell fast sofort in den Kampfmodus, um Meghan zu verteidigen.